so sagt er keiner was dann sag ich jetzt mal was weil das mich jetzt drauf dass ihr damit kommt die uhrtick, begib dich zum ziel vielleicht ist ein gs mal relativ schnell im sum summe mit dir noch so viel geld so gott haben wir gar nichts mehr so wenig kohle hier waren sie schon hier waren unsere maids schon wie soll das gehen wie ging das denn jetzt alter den hab ich da voll getroffen muss mir jetzt mal platten holen kopfgeld ziel auszuschalten ich bin der pilot die ist ja schon wieder losgespiked hier die 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 heute noch bestätigt sehr gut grün mit nicht so dumm von hier zu kommen schade hat sich gut geschlagen lad doch mal nach meine güte wie lange er nachlädt sehr untergesprungen oder was kommt der jetzt hinter mir ja naja ich wisse ohne hier irgendwie denke ich die sind irgendwo anders meine mates sind sie da oben runter von dem dach ist es ist todes urteil da ich bin üblich gut dann warten wir mal kurz auch Was ist das? Ja, ihr wisst natürlich auch mal runter, von da oben wir haben das natürlich scheiße da position die sind immer noch hier denn da soll denn das oben jetzt der für blendgranate alle preise wieder normal die 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 So, seid ihr schon wieder hier oben, oder? Nicht wieder aufs Dach, bitte nicht. Ich hasse dieses Dach. Doch, natürlich sind sie oben auf dem Dach. Natürlich sind sie da vorne. Ja. Was sind? Ist der tot oder was? War gut Scheiße, den krieg ich nicht, den seh ich nicht Was ist denn jetzt schon losgegangen oder was? Ach ne, hier seid ihr ja Jawoll Achtung, Bewegung Leichtes Fahrzeug hier drüben Aufrag abgeschlossen Deine Bezahlung wurde genehmigt Der Feind springt über dem Gebiet ab Auf den Himmel achten Feindlicher Präzisionsluftschlag Entdeckung Was sind sie denn? Was sind sie hier? Ach, hier seid ihr Sehr gut Was, Alter? Vier Teams nur? Was, Alter? Vier Teams nur? Nur noch zehn übrig Feindlicher Nähe Ich geh da hin Warum gehont denn? Fіч F*** F*** ja er hat es noch geschafft geil aber wie geil endlich mal wieder ein sieg hier schade dass man es nicht mehr gesehen hat wie er die jetzt noch erledigt hat am ende aber spannend war es auf jeden fall am ende nicht schlecht auch echt viele teams da noch gewesen bei denks control center für die kleine zone da am ende nicht schlecht